Ich bin froh, dass man körperlich noch so ein Zweig ist und vor allem, dass man auch im Kopf noch so ein Zweig ist. Also ich habe den Gärtner und dann mache ich nachher einfach das, was wieder nachwächst, zurückschneiden, Laub zusammennehmen, etwas machen, einfach. Ich habe eine Putzfrau, die die Staubsauger und abschrauben und waschen, glätten, kochen, tue ich selber. Tod, ich kann ja das nicht vorausbestimmen. Man weiss ja nicht, was passiert. Ich will nicht einfach einen Herzinfarkt haben, plötzlich einfach dumm. Ich will keinen Abschied nehmen können. Ich heisse Hans-Kurk Knecht, bin am 7. Juni 1917 geboren und bin jetzt 100 Jahre alt. Dazumal hat man die Polizei noch bei der Rentenanstalt gemacht. Und die ist 1918 abgeschlossen worden durch meinen Grossvater. Und ich habe damals einfach eine 40 Jahre aufgeschobene Rente von 1'000 Franken. Zahlt hat mein Grossvater für eine Polizei etwa 4'400 Franken. Ich habe eine solche Eisekassette, wo ich eigentlich alle Polissen oder Werkzeuge dort drin habe. Und die ist immer der Dinger gewesen. In unserem Geschäft bei Swiss Life denken wir voraus, zum Teil über Jahrzehnte und noch länger. Und das ist etwas, was mich stolz macht. Das hat mich immer schon fasziniert bei unserer Branche. Und heute gehe ich Herrn Knecht besuchen, der wirklich eine Verkörperung dieses Vorausdenkens ist. Er ist 100 Jahre alt und ich möchte heute herausfinden, wieso hat sein Grossvater eigentlich damals, vor 100 Jahren, so vorgesorgt für seinen Enkel, wie er dies getan hat. Es war eine tolle, eine eindrückliche Begegnung mit Herrn Knecht. Er lebt zwar alleine in seinem Haus und dennoch fordert er die ganzen verschiedenen Familienkontakte, die er hat, ein. Er geht mit Verwandten einkaufen oder er wird zum Mittagessen eingeladen. Er hat ja Dutzende von Enkeln und Urenkeln und er lebt trotzdem selbstbestimmt in seinem Haus. Und das hat man das ganze Gespräch durchgespürt. Ich durfte die Polizei ja schon, also ein Foto der Polizei immer wieder mal zeigen in den letzten Jahren bei den Kick-Offs der Swiss Life. Und es war jetzt sehr schön, sie auch selber mal zu sehen, auch wie das alles noch handgeschrieben war. Ich bin Herrn Knecht sehr dankbar, dass ich etwas erfahren durfte über seinen Grossvater und die Geschichte, die zu dieser Polizei geführt hat. Das war nämlich vor über 100 Jahren, dass sein Grossvater, ein wohlhabender Mann, sich Gedanken gemacht hat um die Vorsorge seiner Enkel. Das war jetzt wirklich ein Generationenerlebnis. Was für eine Vielfalt an Geschichten habe ich gehört. Als CEO von Swiss Life bin ich stolz darauf, dass wir eine solche Vielfalt an Kunden haben. Kunden wie Herrn Knecht. horrible sein Congrats habe ich nicht. Selbst taskmen oder andere Menschen haben einfach vor, dass wir eine solche Zeit auch gesehen haben. Dass du sagst, dass ich jetzt keineKNоды haben. Wenn du dich für einen后en Gym progetieren啊, dann kannst du dich für eine neutraleONE alley.